Abheben im Sky House, der Trampolinpark im Allgäu und grenzenloser Spaß für die Kleinen im Lina-Launeland, die Indoor-Spiel- und Erlebniswelt im neuen Sportpark Waltenhofen. Hier sind die Allgäu-TV-Nachrichten am Freitag. Große Show, Polizei präsentiert Tricks der Einbrecher. Große Eröffnungen, Biomarke mit neuem Besucherzentrum und großer Fund, Kemptener Ausgrabungen überraschen bundesweit. Großes Finale, der Oktober gibt auf seinen letzten Tagen nochmal richtig Gas. Die Tage werden spätestens mit der Zeitumstellung am Wochenende kürzer, die Nächte länger. Das bedeutet leider auch, es ist Einbruchssaison, denn gerade im Herbst und Winter steigen die Einbruchszahlen. Wie kann man sich also schützen? Genau dafür hat die Polizeiinspektion in Memmingen jetzt einen brandneuen Showroom. Dort können Einbruche simuliert werden und eben auch, wie man sich dagegen wappnen kann. Passend zum anstehenden Tag des Einbruchschutzes am kommenden Sonntag ist er jetzt in Betrieb gegangen. Ein kurzes Knacken, einen Moment später ist das Fenster auch schon geöffnet und die Alarmanlage blinkt. Keine zehn Sekunden dauert es im schlimmsten Fall, bis sich Einbrecher über das Fenster Zugang zu einem Haus verschafft haben. Dieses Fenster hingegen soll aufgebrochen werden. Denn es gehört zum heute eröffneten Showroom für Einbruchschutz der Memminger Polizeiinspektion. Der kann ab heute von interessierten Bürgern besucht werden. Jeder kann hier selbst mal Einbrecher spielen und so eindrücklich erfahren, wie wichtig es ist, dass man seine eigenen vier Wände einbruchssicher macht. Hier fällt oft der Groschen, weil wir gehen ja erstmal raus zu dem Bürger und Bürgerinnen und erklären ihm an seiner Wohnung die Schwächen, die Stärken, machen so eine Gefahrenanalyse. Er kriegt auch ein Beratungsprotokoll davon. Und dann kann er sich das meistens nicht vorstellen, was wir eigentlich meinen. Dann sagen wir, jetzt kommen Sie hier in diesen Showroom noch und schauen Sie das Ganze an, bevor Sie Ihre Angebote einholen. Was meinen wir eigentlich? Und dann fällt der Groschen eigentlich, was der Groschensicherheit angeht. Dann sagt er, ja, Schwab braucht was in der Hand, dass er es mal sieht und dass er es dementsprechend auch sagt, ah, es hat die Funktion, so stelle ich mir das vor. Einbruchssicher wird ein Haus dann, wenn man mehrere Punkte befolgt. Zum einen gilt der Grundsatz, ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. Außerdem sollte man die Tür immer doppelt abschließen. Auch spezielle Fenster mit sogenannten Pilzköpfen bringen zusätzliche Sicherheit. Auch Smart Home Technologie wird oft als besonders sicher angesehen. Doch Smart ist nicht gleich safe. Nein, Smart alleine heißt nicht Sicherheit und da sind wir wieder in der Philosophie von uns. Die Mechanik muss passen, die Außenhülle muss passen. Und jetzt, wenn ich Smart Home drauf setze, zum Beispiel als Anwesenheitssimulation, dass die Lichter ich über Apps steuern kann, wann sie aus, wann sie eingehen, dass ich die Rollladen steuern kann, wann sie runtergehen, wann sie hochgehen oder ich programmiere in meiner App, bei Sonnenaufgang gehst du bitte an und bei Sonnenuntergang gehst du bitte runter. Und das kann ich sogar so einstellen. Es gibt ja die Uhrzeiten, je wo ich wohne, da geht's ja auf, da geht's unter, dann kann ich es auch noch mit einprogrammieren. Ich kann ganz, ganz viel machen, was ein gewisser Luxus ist, was eine Bequemlichkeit auch dann darstellt. Wenn man es einmal hat, möchte man es nicht mehr hergeben. Aber trotzdem, die Wiese gilt immer, die Mechanik muss passen. Trotz vieler technischer Möglichkeiten und Spielereien, eine hundertprozentige Sicherheit kann laut Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strössner nie gegeben werden. Aber das Risiko eines Einbruchs kann man deutlich minimieren. Polizeiliche Maßnahmen, sichere Häuser. Im Allgäu haben sich die Einbruchszahlen in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die höchsten Zahlen hatten wir im Jahr 2016. Von da haben wir dann auch wirklich ganz massiv dieses Phänomen bekämpft, mit Prävention, mit Kontrollen, mit Aufklärung, auch mit einigen Fahndungserfolgen und sind inzwischen jetzt im Jahr 2022 mit 123 Fällen, davon sind 58 im Versuchsstadium stehen geblieben, eigentlich auf einem niedrigen Wert. Es ist nicht mehr so hoch wie 2019. Also trotz der Wegfall der Pandemiebeschränkungen sind die Zahlen Gott sei Dank in dem Jahr noch nicht so hoch raufgegangen wie in den Vorjahren. Das Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest hat sich in der Vergangenheit in Sachen Einbrüche gewandelt. Vom Sorgenkind zum Musterbeispiel. Die regelmäßigen Präventionsmaßnahmen helfen also und laufen auch weiterhin. Auch am kommenden Sonntag, dem bundesweiten Tag des Einbruchsschutzes, soll es weitere Aktionen geben. Und noch ein besonderer Tag ist diese Woche, nämlich heute, Weltspartag. Allerdings ist Sparen so etwas wie Luxus geworden, denn aktuell legt nur noch jeder Zweite regelmäßig Geld aufs Sparkonto. Das hat eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft ergeben. Die Zinsen allerdings steigen gerade wieder, sodass sich das mit der hohen Kante doch wieder ein bisschen lohnen könnte. Gleich zeigen wir Ihnen die schon gestern versprochenen Bilder zum archäologischen Superfund in Kempten. Und jetzt kompakt mit den Kurznachrichten. Oder Winterwunder in Finnland, Hundeschlittenfahrt, Rentierfarm und mehr im Finnisch-Lappland. Sonne tanken, Winterzauber, Kultur. Mit uns die Welt erleben. Die AZ Laserreisen. Mehr auf az-laserreisen.de Mega Fernsehen. Weipo TV mit über 200 TV-Sendern. Das erste ZDF RTL Vox Sat.1 ProSieben und viele mehr. Ganz ohne Kabelbuchse, Satellitenschüssel oder Antenne. Für Fernsehen in jedem Raum. Für alle Geräte im WLAN. Mit bis zu vier verschiedenen Streams gleichzeitig. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Im App Store oder auf weipo.tv. Weipo TV. Fernsehen wie noch nie. Auf den Puck gebracht. Joker TV. Sehen Sie die besten Eishockey-Momente vom Spielwochenende des ESV-Kaufbeuren mit den Highlights der Heimspiele. Der Blick über die Bande zu Trainern, Spielern und Zuschauern. Joker TV. Das ESVK Magazin auf Allgäu TV. Immer montags um 19.30 Uhr im Kabel. Weitere Sendetermine und Infos unter allgäu.tv. Präsentiert von Höbel. Ihr kompetenter Partner für Bau, Umwelt und Immobilien. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming-at-allgäu-tv.de. Ich schütze mich, weil ich in Quarantäne kein Leben retten kann. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de Eishockey-Fans aufgepasst, es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 30. Oktober trifft der ESVK auf den EHC Freiburg. Bulli ist um 18.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena Kaufbeuern. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Urteil vertagt. Das aktuell laufende Verfahren rund um den Allgäuer Tierschutzskandal, welches gerade am Memminger Landgericht verhandelt wird, zieht sich weiter hin. Eigentlich war der gestrige Donnerstag als Tag der Urteilsverkündung angesetzt, doch unter anderem Krankheitsfälle und Nachladungen von Zeugen sorgen nun dafür, dass das Urteil voraussichtlich erst Ende November fallen wird. Die beiden angeklagten Landwirte, Vater und Sohn aus Bad Grönenbach, müssen sich seit Ende September unter anderem wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Geld- oder Haftstrafe. Erste Bohrungen geplant. Seit etwa einer Woche arbeitet ein Geologe aus Augsburg auf dem Gelände des Pfrontner Wohnhauses, auf welchem sich Anfang des Monats ein Hangrutsch ereignet hatte. Für heute seien bei diesen Arbeiten die ersten Bohrungen angesetzt. Der Hauseigentümer zeigt sich laut allin.de optimistisch, dass dadurch Erkenntnisse erlangt werden könnten, wie es um die Gefährdung des Hauses stünde. Wie es zu dem Hangrutsch kam, ist weiter unklar. Der Hauseigentümer macht die Gemeinde und deren Bauarbeiten oberhalb des Hauses für den Vorfall verantwortlich. Bürgermeister und Gemeinde weisen diese Vorwürfe jedoch von sich. Erste Termine stehen fest. Die ersten Termine für das Klausentreiben im Allgäu stehen fest. Bereits ab Ende November ziehen sie mit ihren Kostümen aus Pelz, Geweihen, Hörnern, riesigen Kuhschellen und Ruten wieder durch die Orte. Laut Angaben der Allgäuer Zeitung findet das früheste Event am 26. November in Erkheim statt. Die allermeisten Klausentreiben finden dann am Sonntag, den 4. Dezember, statt. Neues Musical Morgen Abend findet die Uraufführung des neuen Musicals am Festspielhaus Neuschwanstein statt. Hundertwasser, das Musical befasst sich mit dem Leben des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Das Musical wird dabei begleitet von Aquarellen der Tochter des Künstlers und soll eine Hommage an Hundertwasser darstellen. Tickets für die morgige Uraufführung sind noch verfügbar. Jetzt der Blick aufs Wetter. Viel gibt es nicht zu sagen. Das wird ein absolutes Traumwochenende. Die Nacht zeigt sich teils klar, teils bewölkt bei Werten zwischen 9 und 13 Grad. Wir starten in ein traumhaftes Herbstwochenende. Morgen Vormittag halten sich noch ein paar Wolken- und Nebelfelder. Die Werte liegen trotzdem schon zwischen 19 und 22 Grad. Am Nachmittag wird es dann sogar noch wärmer. Mit Werten bis 24 Grad wird morgen per Definition sogar fast ein Sommertag und das Ende Oktober. Auch die Berge laden noch mal zum Wandern ein. Außer auf dem Nebelhorn bleibt es überall zweistellig. Der Gründen schafft es sogar auf bis zu 20 Grad. Achtung, auch Ende Oktober ist Sonnenbrand nicht auszuschließen. Auch der Sonntag zeigt sich dann außergewöhnlich warm und sehr freundlich. Am Montag bleibt es mit Werten bis 20 Grad warm, es wird jedoch etwas wolkiger. Der Feiertag dann ebenfalls recht freundlich, wenn auch mit bis zu 16 Grad etwas kühler. Für November aber wohl immer noch sehr mild. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und vor ein paar Jahren geradezu zu einem Modewort geworden. Schon viel länger beschäftigen sich Herspieler von Bio-Lebensmitteln damit. Auch der Naturkostproduzent Rapunzel aus dem Unterallgäuer Legau setzt voll auf Nachhaltigkeit, also auf die Umweltverträglichkeit seiner Produkte und auf faire Produktionsbedingungen. Im neuen Besucherzentrum kann man viel darüber erfahren und auch das Besucherzentrum ist natürlich nachhaltig, wie Boris Weltermann und Peter Böhr erfahren haben. Eins der bekannteren Allgäuer Bauwerke ist der Rapunzelturm. Seit Jahren prägt er die Skyline der Gemeinde Legau. Jetzt kommt ein weiteres Bauwerk dazu. Der Naturkosthersteller aus dem Unterallgäu eröffnet sein Besucherzentrum. Nachhaltige Bauweise ist hier selbstverständlich. Von den Dachziegeln aus Lehm über die Dämmung bis zur Innenausstattung ist alles öko. Logisch, denn der Hersteller von Bio- und Naturkost setzt auch beim Bauen auf die Kraft der Natur. Herzstück des Besucherzentrums ist das Museum. Hier lernen Besuchende an interaktiven Stationen alles zu den Themen Bio, fairer Handel, klimafreundliche Ernährung oder Lebensmittelverschwendung. Natürlich ist das Besucherzentrum auch ein Marketing-strategischer Schachzug von Rapunzel. Neben Werbung will Firmengründer Josef Wilhelm hier aber auch die Grundidee des nachhaltigen Lebens erklären. Wir sehen eigentlich das schon als unsere Aufgabe, also da eine Vorbildfunktion auch wahrzunehmen und den Menschen Unterstützung zu bieten. Wie kann ich gesunder leben, also damit ich mich wohler fühle. Das ist ja die Basis von allem am Ende. Die Basis der Wärmeversorgung des ganzen Gebäudes ist die hauseigene Kaffee-Rösterei. Die komplette Abwärme, die beim Kaffee-Rösten entsteht, wird genutzt, um das Besucherzentrum zu heizen. Für die Verarbeitung des Kaffees braucht es aber Gas. Das kauft Wilhelm bei einem Biogashändler ein. Bis jetzt liefert der auch noch. Energie regional beschaffen und selbst erzeugen. Bei der momentanen Lage macht das erst recht Sinn, so Josef Wilhelm. Also unabhängig von so hoffentlich nur kurzfristigen Energieengpässen, wie wir sie jetzt im Moment erleben, haben wir eine langfristige Energiestrategie, also zum Beispiel unser eigenes Holzhackschnitzelwerk hier. Oder wir haben auch ein Blockheizkraftwerk hier, wo wir auch Strom produzieren und Abwärme, weil das eine optimale Ausnutzung der Energie, in dem Fall von Gas. Und von daher glauben wir, dass uns so eine Phase nicht so stark treffen wird, wie andere, die immer schon am Limit arbeiten. Draußen wie drinnen zieht sich das Thema Nachhaltigkeit wie ein roter Faden durchs Gelände. Und auch durch die Firmengeschichte. Und gespart wurde nicht. Muss auch gar nicht. Denn knapp 50 Jahre nach der Eröffnung des ersten Bioladens macht Rapunzel mit seinen Bio-Lebensmitteln einen Jahresumsatz von rund 240 Millionen Euro. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit schließen sich nicht zwangsläufig aus. Wir haben Gott sei Dank sehr frühzeitig erkannt, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht ausschließen, sondern im Gegenteil eigentlich bedingen. Weil nur wenn ein Unternehmen auch ökonomisch, also wirtschaftlich arbeitet, ist man in der Lage, ökologische Themen dauerhaft umzusetzen. Von daher bauen wir auf die vier Säulen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur. Das sind eigentlich so die Stützen der Nachhaltigkeit für uns. Auf denen basieren eigentlich alle unsere Unternehmenswerte und Inhalte. Drei Jahre wurde gebaut. 32 Millionen Euro hat sich die Firma das Zentrum kosten lassen. Rund zwei Drittel davon gingen an Bauunternehmen aus der Region. Auch das passt zum Thema Nachhaltigkeit. Ab diesem Wochenende sind das Besucherzentrum und das Museum geöffnet. Der Eintritt ist frei. Im heimlichen Wettstreit mit Trier, wer denn nun die älteste Stadt in Deutschland ist, ist ein echter Allgäuer natürlich der Meinung, dass es sich dabei nur um Kempten handeln kann. Jetzt gibt es zumindest einen weiteren Beweis dafür, wie wichtig unsere Region für die Römer war. Neueste Ausgrabungen im Kambodunum waren für die Presse gestern zu besichtigen. Gleich die Bilder dazu. Erleben Sie eines der schönsten Auktionshäuser Süddeutschlands. Kunst, Antiquitäten und Raritäten auf über 1000 Quadratmetern. Ihr kompetenter Partner beim Kauf und Verkauf Ihrer Schätze. Ein Einkaufserlebnis der anderen Art in einem stilvollen Ambiente. Allgäuer Auktionshaus Kühling. Das Kunst- und Antiquitätenhaus im Allgäu. TV Bayern live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TVNOW. Küchenmeier. Die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen. Innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. MyClickCard. Die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodensee-Region. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologischer Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten. Den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Kabelfernsehen war gestern. Waipu TV mit über 200 TV-Sendern. Das erste ZDF, RTL, VOX, SAT.1, ProSieben und viele mehr. Inklusive 50 Pay-TV-Sender und über 30.000 Serien und Filme auf Abruf. Ohne Extrakosten. Nehmen Sie Sendungen einfach per Klick mit dem Online-Speicher auf. Springen Sie mit der Restart-Funktion an den Anfang der laufenden Sendung zurück. Für alle Geräte im WLAN. Mit bis zu vier verschiedenen Streams gleichzeitig. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Im App-Store oder auf waipu.tv. Waipu TV. Fernsehen wie noch nie. Seit drei Jahren untersucht ein Forschungsteam im archäologischen Park Cambodunum römische Steinbauten. Nun steht fest, sie gehören zu den ältesten in ganz Deutschland. Welche zentrale Bedeutung die Steinbauten mit Wohnhaus- und Thermenanlage haben? Wir haben die Antwort. Es ist ein süddeutschlandweit einzigartiger Fund. Die römischen Steinbauten aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Im Kemptener APC-Park, dem archäologischen Park Cambodunum, haben Archäologinnen und Archäologen weit Bedeutsameres ausgegraben, als sie erwartet hätten. Sagt Prof. Dr. Salvatore Ortizzi, wissenschaftlicher Grabungsleiter der Ludwig-Maximilian-Universität München. Erwartet haben wir die Überreste dieser römischen Stadt aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Gefunden haben wir sie, tatsächlich aber in einer viel, viel besseren Erhaltung, als wir uns das zu hoffen gewagt haben. Zu Tage kamen bei den Ausgrabungen der letzten drei Jahre ein Wohnhaus, eine kleine Thermenanlage, Mauern, sehr gut erhaltene Fußböden und Wandmalereien. Wir stehen hier mitten in einem der wichtigsten römischen Wohngebäude der Römerstadt Cambodunum. Direkt gegenüber des römischen Forums, gegenüber der Hauptplatzanlage, also das Westend von Cambodunum. Da haben wirklich auch die wichtigen Familien, die richtigen Römerfamilien des Ortes gelebt. Und wir haben hier einen exzeptionell gut erhaltenen Häuserbefund, den wir großflächig freilegen konnten. Die Mauern machen deutlich, dass es mindestens noch ein Obergeschoss gegeben hat. Durchaus denkbar sind auch zwei Obergeschosse. Mittlerweile haben wir auch Räume hier im Grundriss identifizieren können, die als Treppenhäuser gedient haben dürften. Also das ist recht sicher schon. Also wir haben einen mehrgeschossigen Bau. Gebaut wurden die Steinbauten in den 20er oder 30er Jahren nach Christus. Damit gehört Insula 1, so wird die antike Wohnbebauung hier bezeichnet, zu den ältesten Steinbauten nördlich der Alpen. An den Grabungen beteiligt sind neben dem Fachbereich für Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilian-Universität München und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege auch die Stadt Kempten. Die Ausgrabungen haben für Kempten eine besondere Bedeutung. Für die Stadt Kempten zeigt es hier nochmal in unglaublich eindrücklicher Weise, dass wir hier das Zentrum der Stadtentwicklung im römischen Bayern haben. Das erste Zentrum der Stadtentwicklung. Hier in der Frühzeit, als die Römer über die Alpen kamen, war Cambodunum das Zentrum mit Strahlkraft, was die zivile Aufsiedlung, die Romanisierung der Provinz vorangetrieben und bedeutet hat. Und dass wir hier so gut erhalten, wie sie schon vor über 100 Jahren zum ersten Mal durch Archäologen freigelegten Befunde haben und auch so viele neue Erkenntnisse daraus ziehen können, das ist für uns als Archäologen und Archäologinnen natürlich ein ganz großes und schönes Moment. Doch nicht nur für Kempten. Auch international hat dieser Befund eine wichtige Bedeutung. Es spielt aber auch natürlich überregional, international eine Rolle, weil wir hier mit der Erschließung einer Provinz im Norden des römischen Reiches so etwas wie Modellcharakter, Modell fassen können, das sie auch in Gallien, also im heutigen Frankreich in Ansätzen erwischen, das sie später dann auch in Britannien, in England und Wales fassen können. Also wir haben hier sozusagen so etwas wie einen Idealfall einer römischen Stadt in der frühen Erschließungsphase einer Provinz und das ist dann für alle anderen Provinzen im römischen Reich natürlich auch von großem Interesse. Ziel ist es, die Ausgrabungen in Zukunft auch für die Besuchenden erlebbar zu machen. Doch erstmal wird hier weiter ausgewertet. Und wer weiß, welche spannenden Entdeckungen die Kemptener Böden noch aus der Vergangenheit bereithalten. Damit die Steinbauten gut durch den Winter kommen und nicht zu sehr unter Schnee und Kälte leiden, werden sie in wenigen Wochen aber erst einmal verschüttet. Die Erde, die sie Jahrtausende umgeben hat, ist wohl einfach der beste Wintermantel. Apropos Winter, ab Sonntag gehen wir in die Winterzeit, zumindest auf der Uhr. Die Zeiger werden um eine Stunde zurückgestellt. Das sorgt jedes Mal wieder für die gleiche Diskussion europaweit. Getan hat sich bisher nichts, obwohl die EU-Kommission 2018 vorgeschlagen hat, den Zeitenwechsel sein zu lassen. Der schwäbische Europaabgeordnete Markus Ferber hat jetzt gefordert, das Zitat, künstliche Drehen an der Uhr abzuschaffen. Grund für den Stillstand seien die nationalen Regierungen. Offenbar kann man sich nicht darauf einigen, welche Zeit denn nun die richtige sein soll. Ja, eine schwierige Frage. Wir werden sie nicht lösen. Deshalb schlage ich vor, jetzt entspannt in ein sonniges Herbstwochenende zu starten. Zeitumstellung hin oder her. Tschüss bis morgen oder bis Montag. Abheben im Sky House, der Trampolinpark im Allgäu und grenzenloser Spaß für die Kleinen im Lina-Laune-Land. Die Indoor-Spiel- und Erlebniswelt im neuen Sportpark Waltenhofen. Es folgt ein sozialer Appell. Saskia ist eine wirklich gute Spielerin, aber so antisemitische Äußerungen haben bei uns natürlich nichts verloren. Scheiße! Mist! Ach! Schau! Ey, Saskia! Es war wichtig, mit Saskia darüber zu sprechen. Ihr war gar nicht bewusst, was für Worte sie dann in den Mund genommen hat. Für sie war Judenschlampe ein Schimpfwort von vielen ohne antisemitischen Hintergedanken. Auf geht's, Mädels! Schau hin! Schau hin und sei wachsam. Eine Initiative des Bayerischen Innenministeriums. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen zu Plenum TV. Bayern will bis 2050 rund 25 Prozent des bayerischen Wärmebedarfs im Gebäudesektor durch Geothermie decken. Gut gebrüllt, Löwe. Aber wie soll das gehen? Ein Antrag fragt nach der derzeitigen Nutzung von Geothermie und will wissen, wie ein Ausbau beschleunigt werden kann. Zu meiner Enttäuschung ist beim sogenannten Osterpaket der Bundesregierung die Geothermie irgendwie völlig weggefallen, unterm Radar gewesen. Deshalb hoffe ich, dass die Bundesregierung da dringend nachholt und ich muss sagen, Geothermie wäre ein entscheidender Beitrag für die Wärmewende, für den Klimaschutz, aber eben auch, um autonomer von Energiequellen zu werden. Es ist eine grundlastfähige Energie für Wärme und auch für Strom. Etwas vernachlässigt wurde tatsächlich in den letzten Jahren das Potenzial bei der Geothermie. Hier wäre es allerdings wichtig, dass wir zwei Dinge machen. Einmal eine Potenzialanalyse, einfach mal untersuchen, wo gibt es die Standorte in Geothermievorkommen im Freistaat Bayern. Das ist ja durchaus unterschiedlich in den sieben Regierungsbezirken. Und das Zweite ist, es geht dabei natürlich um hohe Investitionen und da dürfen wir die Kommunen, die sich bereiter gehen, hier zu investieren, natürlich nicht allein stehen lassen. Da müsste der Freistaat Bayern auch mit einem entsprechenden Förderprogramm den Kommunen zur Seite stehen. Wir haben unheimlich hohe Anfangsinvestitionskosten und es gibt ein großes Risiko, dass eine Bohrung in tiefen Geothermie, dass die überhaupt erfolgreich ist. Und deswegen brauchen wir dringend eine Fündigkeitsversicherung. Das muss aber am Ende der Bund machen, eine Versicherung, dass die Kommunen auch abgesichert sind, wenn sie solche Investitionen tätigen, dass sie letzten Endes nicht quasi auf etwas stoßen, wo nichts zu holen ist und dann auf den Kosten sitzen bleiben. Deswegen fordern wir, dass der Bund da endlich handelt. Auch in diesem neuen Schuljahr wird es Lücken im Lehrplan geben, ebenso Ersatzunterricht und Vertretungsstunden und natürlich auch Unterrichtsausfall. Der Mangel an Lehrkräften in Bayern wurde durch Corona ebenfalls verstärkt. Ein Antrag stellt nun die Frage deshalb, was will das Parlament unternehmen, um den Mangel von Lehr- und Erziehungskräften zu beheben? Und wir fragen uns, was hat denn die Staatsregierung bis jetzt unternommen? Also das Problem wurde erkannt. Deshalb haben wir seit 2018 die Studienplätze für Grund- und auch Sonderpädagogik, Grundschulen und Sonderpädagogik ganz stark ausgebaut. Wir hoffen da auch, mehr Lehrer für die Vollzeit gewinnen zu können oder eben auch Lehrer, die in Teilzeit sind, zu mehr Stunden zu bewegen. Eine Stunde mehr pro Woche wäre auch schon ein ganz großer Beitrag zur Problemlösung. Bei der Lehrerversorgung wäre uns schon viel geholfen, wenn wir die Durchlässigkeit des Systems verbessern würden, wenn wir die Anwerbung ausländischer Lehrkräfte erleichtern würden, die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und wenn wir endlich etwas schaffen würden, was schon lange eigentlich möglich wäre, dass wir nämlich auch Lehrkräfte aus dem Bereich der freien Wirtschaft gewinnen. Ich denke insbesondere an die sogenannten MINT-Fächer, an die naturwissenschaftlichen Fächer. Die A13 auch für alle Grund- und Mittelschullehrer, das ist uns ja immer ein ganz wichtiges Anliegen, schon seit vielen Jahren gewesen, da kommen wir jetzt endlich voran. Das halte ich für ganz wichtig, gerade weil die Lehrer in Corona-Zeiten, jetzt aber auch mit Ukraine-Flüchtlingskindern, schon ein sehr, sehr belasteter Zweig sind. Und ganz ehrlich, zu einer guten Arbeit gehört halt einfach auch eine faire Bezahlung. Das sind die Dinge, die wir machen und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Das war's für heute. Plenum TV kommt Anfang November wieder zur nächsten Plenarsetzung. Ich sage bis dahin, ciao, servus hier bei Allgäu TV.